Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emotar Creators. Heute zeige ich euch, wie ihr in OBS von so einer langweiligen quadratischen Kamera hier zu so einer hier wechseln könnt. Oder so eine hier oder so eine. Natürlich könnt ihr auch hier diese Kameraform abrunden. Ihr könnt aber auch ein Dreieck nehmen oder ihr blendet euch als Kreis ein. Also heute zeige ich euch, wie ihr in OBS jede Form als eure Kamera machen könnt. Nein, eure Kamera in jede Form bringen könnt, die ihr wollt. Das ganz einfach und Schritt für Schritt erklärt, das gibt es nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal, ihr seht hier schon meine OBS. Wir fangen gleich an und ihr müsst zuerst mal in eure Bildbearbeitungssoftware. Das Ganze mache ich jetzt mit Adobe Photoshop, aber ihr könnt das gleiche auch in Gimp oder eigentlich jeder anderen Bildbearbeitungssoftware machen. Deswegen lasst euch da nicht verwirren. Ich nehme jetzt hier einfach mal Photoshop. Und hier müsst ihr eigentlich ein neues Dokument erstellen und zwar mit der Größe 16 zu 9. Einfach 16 Breite und 9 die Höhe. Und dann klickt ihr einfach auf Erstellen und dann habt ihr hier schon mal euer Dokument. Ich mache jetzt mal Vollbild. Das erste, was ihr hier machen müsst, ist einmal eine leere Ebene zu erstellen. Einfach mit dem Plus und die Hintergrundebene auf unsichtbar zu stellen. So, dass ihr hier nicht mehr die weiße Fläche habt, sondern so ein Schachbrettmuster. Was ihr jetzt machen müsst, ist eigentlich eine Form zu zeichnen. Und weil ich nicht davon ausgehe, dass ihr diese Form mit dem Bleistift so exakt zeichnen könnt, müsst ihr hier auf dieses Symbol gehen, wo ihr eben die Formen auswählen könnt. Und hier seht ihr, hier könnt ihr so ziemlich alle erdenklichen Formen auswählen. Ich mache das Ganze jetzt einmal mit einem Dreieck in diesem Beispiel. Ihr könnt das gleich mit einem Viereck, mit einem Kreis oder mit einem Sechseck auch machen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Dreieck. Und dann müsst ihr einfach nur eins machen. Ihr zieht hier so eine Linie, bis dann kommt das Dreieck. Ihr könnt hier die Breite und Höhe einstellen. Ich denke aber, so passt das doch ganz gut. Und hier könnt ihr jetzt einmal die Form einfach so ausrichten, dass hier für euch passt. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich bin es nochmal ganz kurz aus dem Schnitt. Ich wollte nur sagen, dass es nicht ganz klar zu verstehen war, dass alles, was schwarz ist, hier die Kamera sein soll. Das heißt, die Kamera wird überall da eingeblendet, wo das Schwarze ist. Das wollte ich nur nochmal sagen. Das heißt, ihr könnt auch verschiedene Stellen dieses Schwarz machen. Da wird an verschiedenen Stellen die Kamera eingeblendet. Und was auch wichtig ist, ihr müsst das wirklich schwarz machen. Nehmt bitte keine andere Farbe wie Rot oder Weiß. Nehmt das einfach als Schwarz. Und wie gesagt, alles, was schwarz ist, ist nachher eure Kamera in OBS. So, zurück zu unserem eigentlichen Projekt. Ihr habt jetzt eure Form gezeichnet. Ihr könnt da völlig frei, kreativ euch überlegen, welche Form ihr nehmt. Aber auf jeden Fall, nachdem ihr sie fertig gezeichnet habt, geht ihr einfach auf Datei, Exportieren, Exportieren als. Und dann wählt ihr hier einfach einmal PNG und klickt auf Exportieren. Jetzt wählt ihr einen Speicherort. Ich schreibe jetzt hier einen sehr sinnvollen Namen rein und speichere das in die Downloads. Und dann ist das Ganze auch schon gesichert. Wir können unser Fotobearbeitungsprogramm schließen. So, nachdem ihr eure Bildbearbeitungssoftware geschlossen habt, seid ihr wieder in OBS. Und hier habe ich meine Kamera jetzt ganz kurz mal zurückgesetzt. Das heißt, so wird die bei euch sein, wenn ihr da noch nichts dran verändert habt. Und dann macht ihr einmal einen Rechtsklick auf die Quelle eurer Kamera und geht hier auf Filter. Jetzt habt ihr hier den Filterbereich eurer Kamera offen. Und jetzt klickt ihr einmal auf das Plus und nehmt hier die Bildmaske. Und ihr könnt hier einfach als Bildmaske rein speichern. Der Name ist nicht schlecht. Nachdem ihr das gemacht habt, klickt ihr einmal hier auf Durchsuchen. Und dann wählt ihr die entsprechende Form. Ihr seht, ich habe hier einige Formen vorhin für das Intro. Die Form, die ich hier gemacht habe, die ich jetzt möchte, ist dieses Dreieck hier. Und dann klickt ihr einfach auf Open. Und ihr seht, dann wird das Ganze jetzt hier erstmal ziemlich suboptimal eingeblendet. Wir brauchen nämlich diese Einstellungsmöglichkeiten hier oben, diese Art, um das richtig zu machen. Und meistens, wenn ihr das so gemacht habt, wie es bei mir war, müsst ihr hier die zweite von oben nehmen. Und dann seht ihr, wird das Ganze auch schon als Dreieck eingeblendet. Und hier bei Farbe wählt ihr hier einfach Weiß. Deckkraft, die würde ich so stehen lassen, weil sonst werdet ihr auch irgendwann ausgeblendet. Lasst ihr einfach hier bei 1,0000 stehen. Und dass ihr Bild skalieren, das braucht ihr nicht dann machen. Dann klickt ihr einfach auf Schließen und ihr seht schon, die Kamera hat die gewünschte Form. Und jetzt könnt ihr das eigentlich so herrichten, wie ihr wollt. Ihr könnt genau den Bildausschnitt so verändern, wie ihr wollt. So beispielsweise wäre eigentlich ganz cool, aber okay, die Form gefällt mir besser. Also, jetzt habt ihr gelernt, wie ihr eure Bildecken von eurer Kamera abrunden könnt. Aber nicht nur das, ich habe euch auch gezeigt, wie jede andere Form hier als eure Kamera einblenden könnt. Das ist eine Funktion, die so viele YouTuber und Streamer nicht kennen. Und deswegen so eine blöde, einfache, quadratische, ne beziehungsweise viereckige Form haben, ohne abgerundete Ecken. Und ich denke, irgendeine andere Form zu haben, hebt sich aus den anderen ganz schön ab. Und vor allem sieht es auch professioneller aus, wenn die Ecken der Kamera abgerundet sind. Deswegen kann ich das jedem wirklich nur empfehlen. Und was ich jedem auch empfehlen kann, ist den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Denn ansonsten lasst gerne ein Like da und klickt auf eines der anderen Videos. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr mit 5 Tricks in Final Cut Pro schneller arbeiten könnt. Hier habe ich euch gezeigt, was die 10 häufigsten Straftaten in Deutschland sind. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr YouTube kostenfrei ohne Werbung anschauen könnt am Mac. Und hier könnt ihr nochmal den Kanal abonnieren. Ansonsten schreibt noch gerne einen netten Kommentar. Das war es mit dem Video. Bis dahin. Das war es mit dem Video.